Das kommende Album von Norman Langen trägt den Titel 11 Jahre Norman Langen. Das Album erscheint voraussichtlich am 4. Februar über das Label Telamo. Alle weiteren Informationen zu diesem Release, die Vorbestellungslinks und die Tracklist findet ihr in der Videobeschreibung. Wenn ihr auch in Zukunft immer über neue Veröffentlichungen informiert werden wollt, abonniert einfach unseren Kanal. Vielen Dank, dass ihr euch das Video angesehen habt.